Ardha Padma Eka Padangushta Vasishtasana ist der Seitstütz im halben Lotus mit gefasstem Großzeh. Komme zum halben Lotus und setze das Knie des halben Lotus auf den Boden. Setze den gleichen Ellbogen auf den Boden, Unterarm nach vorne, Handflächen am Boden. Fasse an den oberen Fuß und da es Padangushta ist, fasse an den Großzeh und schaue dann in die Verlängerung des Beines hoch zur Decke oder direkt zum Himmel. Ardha Padma Eka Padangushta Vasishtasana entwickelt die Muskeln der Seite und gleichzeitig die vorwärtsbeugende Flexibilität und die Lotusflexibilität.